Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Tomb Raider mit eurem Bram. Nachdem ich in der letzten Folge echt wie so ein kleiner Popel rumgenoobt habe, kann ich nur sagen, dass ich versuche in dieser Folge ein bisschen besser und vorsichtiger und vor allem schneller vorzugehen. Und natürlich laver ich hier, wobei ich schon seit benutzen den Bogen, um den Erlaubnis auszuschneiden. Versuche ich hier mal richtig an rauszuhauen und diesmal nicht ganz so schlecht zu sein, wie ihr das in den letzten Folgen, oder in der letzten Folge vor allem von mir gewohnt. So, ab da hoch, Lara, du geiles Schnittchen. Wir gucken jetzt direkt mal weiter. Wo wir denn so schaffen, hinzukommen? Ne, ich spiele es dann richtig. Kann ich eigentlich. Ah, es geht nach oben. Was war's denn? Wieder ein Kanker? Nein, sah eher aus wie ein Forschungsschiff. Das heißt gut? Badabum! Double Headshot. Was ist da unten los? Alles in Ordnung? Gib ihm. Gib ihm auf die Fresse. Was hab ich denn da Schönes? Drücken sie eh zum Aufheben. Ah, okay, meine Waffe ist voll. Uhles Clash. Kein Problem. Ich hoffe, dass mir das nicht zu übel, dass ich so mega hart genoopt hab. Waffenmodifizierung verfügbar. Na, die Modifizierung später. Bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich hab hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen wahren, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Ja, probieren wir es nochmal zu Ross zurück zu kommen. Ein bisschen sneaky. Und stimmt. Der Kill, wie man auch gesehen hat, war extrem leicht. Da hat er noch nicht mit dem Baum gespielt. Der erstmal einmal rumlügen ist. Und ist einfach nicht geschissen. Kriegt vernünftig irgendwelche Geeknats. Ähm, zutögen. Oder anderweitig umzunocken. Tja, das kann ich natürlich auch nicht sagen wissen. Wir werden es aber schon noch herausfinden. Das ist ein Lagerfeuer. Hammer, geil. Das werden wir uns... Da ist eine Höhle auch. Oh, da komme ich kurz vorher nochmal ganz schnell rein. Was ist denn da? Wieder ein Buch. 25. 25. Juli 1982. Seit dem Flugzeugabsturz sind Tage vergangen. Wir haben zum zweiten Mal versucht, mit einem Boot zu entkommen. Mit katastrophalem Ergebnis. Ich hatte damit gerechnet. Wie beim ersten Mal wurde die ruhige See plötzlich und ohne Erklärung feindselig. Sobald wir das offene Meer erreichten, wurde der Wind stärker und eine unglaubliche Welle rollte auf uns zu. Unser Rettungsboot wurde wie ein Spielzeug auf die felsige Küste zurückgeschleudert. Jetzt haben wir erneut zwei Tote und einen Verletzten, dem nicht mehr zu helfen ist. Die anderen geraten langsam in Panik und sie erwarten von mir einen Plan. Ich habe zwar einen, aber sie sind nicht Teil davon. Sie sind schwach und dumm, was an diesem Ort ein Risiko darstellt. Ich habe vorgeschlagen, sie sollen einen weiteren Versuch unternehmen, aber ich werde mich nicht anschließen. Denn das wäre Selbstmord. Das habe ich mittlerweile erkannt. Eine sehr gute Frage, ob es der gleiche ist, aber anhand des Sprechers würde ich schon sagen, dass dem so sein könnte. Bin aber generell echt gespannt, was da auf einen zukommen wird. Jetzt komm, mach dich das Ding an. Und ob man die Story dann in dem Bereich auch bei Laune halten kann. Das weiß man natürlich noch nicht. Dann ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Das bedeutet, dass ich wirklich hier bin. Dass alles wirklich tue. Nein, denk nicht darüber nach, Laura. Nicht jetzt. Es ist hier nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Roth einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Gewickelte Sehnen, die eine höhere Schussfrequenz ermöglichst. Auswählen. Juhu. Ich werde mich auf jeden Fall auf den Bogen spezialisieren. Den finde ich irgendwie cooler als die Handfeuerwaffe. Ich finde es cool, dass es so ein Schnellreisesystem gibt. Fähigkeiten, wo ich nicht gucken kann. Ich habe keine Fähigkeitspunkte. Aber wir werden dann direkt mal gucken, ob wir... Warm, Junge. Kommen wir hier auch nochmal mit. Und weiter geht's hier. Schön Sneaky durchminzeln. Wir wollen ja nicht allzu sehr gesehen, belauscht oder sonst was werden. Was gibt's hier? Da kann man hoch, oder? Okay. Wie nehme ich jetzt... Kann ich die abschießen? Nee, kann ich nicht. Moment, dann nochmal. Die nehmen wir auf. Oh, Bram. Nächste Situation, ob der nicht mehr rauskommt, soll ich kacken, Chris. Oder so. Okay. Da schien doch so irgendwie so eine Art Geheimraum zu sein, oder ähnliches. Ah, eh mehrmals zu tun. Eh, eh, eh. Wie sieht's aus? Okay, wir schenken einfach mal einen nach dem anderen weg. Bogen-Skills sind schon die geilsten, muss ich sagen. Durch den nächsten. Wunderschön. Wunderbärchen. Noch schon keiner gemerkt haben, dass ich da bin. Also, die wissen uns dann wahrscheinlich schon nicht da. Autschi. Wollt ihr mich snacken? Komm. Komm, komm, komm. Alles safe. Wir stehen mitten im Feuer. Kein Problem. Kein Problem. So. Jump! Da geht's nicht weiter. Da geht's wahrscheinlich hier weiter. Sehr breit, ehrlich gesagt. Kein. Ich suchte halt einige ein bisschen an den Schauten erinnern. So, wenn man denn da schön ist. Oh, ein Buch. Nachdem wir hier angespült wurden, setzten uns Regen und Wind tagelang zu. Wir konnten keinerlei Schutz bauen. Jesus, wir konnten uns nicht mal bewegen. Es war, als drücke uns eine gewaltige Hand nach unten. Als der Sturm schließlich doch nachließ, kam Vater Matthias zu uns. Er war ruhig und sprach leise. Er schien uns zu kennen. Unsere Namen, wo wir herkamen. Er sprach in unserer Muttersprache zu uns. Und wir hörten zu, als er uns die Wahrheit über die Insel erzählte. Er ließ uns eine Wahl. Rettung oder Tod. Einige stellten sich gegen ihn. Ohne Zögern tötete er sie. Sofort und vor unseren Augen. Vater Matthias wirkte dabei nicht bösartig oder zornig. Nur ruhig und entschlossen. Ich stand dort im Sand. Nass vom Blut meiner Kameraden. Und wusste, ich würde ihm folgen. Ich muss sagen, ich glaube, dass es immer mehr der Mann ist, den wir da auch gesehen haben. Also der Matthias, den wir da am Anfang gedingst haben, geschlafen. Schaffen wir den Schwung? Und die nächste Laterne vernichtet. Das war ganz schön knapp. Muss ich erst dazu sagen. Muss ich erst dazu sagen. Okay. Hm. Da blinkt was. Da wollen wir hin. Da blinkt was. Und damit wollen wir da hin. So simple ist das. Oh ja. Unsere Weggründe sind einfach. Wir wollen Loot. Zum Beispiel den Sack, der da oben war. Den möchte ich auch noch haben. Manchmal ist es wie viel geiler man das hier steuern kann, als auf der Playstation. Los, brenn ab. Da kommt's gut. Gut, juhu. Nice one. So, was haben wir hier noch? Da haben wir nichts drin. Da waren wir schon. Ich komme hier irgendwie wieder runter. Ohne zu daim. Ach da, da sind auch noch ein paar Bögen. Das ist auch noch ein kleines Wegchen. Scheiße. Natürlich, was wäre eine Folge ohne zu sterben? Wer hat öde, wa? Wäre einfach nur öde. So Da unten das Kistchen, das nehmen wir noch mit Okay, Munition brauche ich, wie gesagt, nicht gerade Wir begnügen uns weiterhin mit dem Bogen vorerst Weiter geht's, Laternchen zernichtet Was Bram, du hast zernichtet gesagt Na, cool, ne Kiste Also das erforschen, wo ich ja wirklich Waffenmodifikation verfügbar Cool Ich finde echt halt in diesem Teil auch Ziemlich gut, respektive interessant Dass man halt die Möglichkeiten hat Na ja, zurückzugehen Und man halt ziemlich sicher weiß Wann gleich gekämpft wird, irgendwann nicht Das finde ich echt nice Hinzu kommt natürlich Grafik, Sound Finde ich schon geil Bis jetzt macht es mir viel, viel, viel Freude Ich hoffe euch auch Lasst einen Kommentar da Wenn ich gerade so sinnfrei hier rumrenne Oder besucht mich gerne auch mal wieder Im Facebook Falle die schon immer nicht mehr da waren Das ist der Brammen am Anfang des Videos War es auch kurz eingeblendet Wenn jetzt auch genug labert Entschuldigung Von abwegigem Bullshit Den keiner interessiert Oder von mir stand Und wir rennen einfach mal hier den Weg jetzt Da kommen wir noch drauf Das ist auch immer der erste Weg Den ich versuche hochzufassen Irgendwo Aua, aua, aua Weiter geht's Komm Lara, du machst das Wir schaffen das Komm schon nach oben Robo Gadget Mit ner Kurve drin Gar kein Problem Da hier schon wieder Holz ist Warte irgendwie jetzt der Stimme anblick Die man immer läuft Und mich hochzuck Würde ich schon creepy finden Aua, das Bein sieht böse aus Mit Gott hatte das hier nichts zu tun Schön dich zu sehen, Kleines Sorry, aber das sieht echt übel aus So übel nun auch nicht Hast du was von den anderen gehört? Nichts Warte, was hast du vor? Die Wölfe haben einen Rucksack Der Sender vom Rettungsbud ist da drin Finden wir den nicht wieder Werden wir hier nie mehr wegkommen Aber du brauchst Verbandszeug Morphium Desinfektionsmittel Alles im Rucksack Scheiße Du sagst es Komm Komm Tu mir das nicht an, du verdammter Mist Ich bin es 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 an, du verdammter Mist Ich bin esen, du verdammter Mist Ich bin esen, du verdammter Mist So, da müssen wir wohl das Rudel finden. Aber untypischerweise werden wir an dieser Stelle mal ganz kurz... Ach Gott. Ich will noch mal kurz um mein Bergungsgut gehen. Hm, versteckte Wurfarme ermöglicht mehr Zug. Gerne. So, gegen Wölfe können wir das gebrauchen. Gegen Wölfe kann man das gebrauchen. Oh ja. Ja, sehe ich schon wieder. Dass da eine Lampe ist, die nichts zu tun hatte mit den Lampen, die ich ja nicht töten wollte. Also. Was ist das für die Lampen, die da oben hängen? Die habe ich auch gesehen. Aber meiner Meinung nach, war es auch nicht die richtige. Da hinten. Oh ja, ein bisschen verwirrt durch die Gegend. Da oben ist genau mein Ding. Na komm. Warum irgendwie die Fackeln, die mir wieder her hat. Na ja. Okay, die Ehrung eines Gottes scheint positive Auswirkungen auch nicht zu haben. Mal wieder Bergungsgut. Jump. Mach mal Bergungsgut. Da können wir auch nie genug von hatten. Oh leu. Okay, da kommt man nicht hoch. Da auch nicht. Kann ich das anfackeln? Das kann ich auch nicht anfackeln. Okay, man konnte da aber links den Weg noch gehen. Na hu. Erstmal geil, das Hund snacken. Mit fünf Schüssen, ne? Okay, weiter, weiter. Mein Gott, ey. Ich habe es auch gerade mit dem Räuspern. Das ist doch zu kurz sehen. Hm. Hier schlanz nicht weiter. Doch, da oben. Nein. Hier scheint es nicht weiter zu gehen. Was ist das da vorne? Da. Hörbom. Mit dieser komischen Apparatur da. Was ist das hier? Ach, Scheiße. Jetzt brauche ich eine Fackel. Das ist natürlich mal wieder klar. Warum schmeißt du die vorher weg? Ich würde sagen, ich finde es ziemlich cool, wie geschmeidig die Bewegungen sind. Ich hoffe auch, dass ihr in der letzten Folge den kleinen Scherz verzeihen konntet mit der Wetterbekehle Musik in der Trashline. Habe ich mit irgendwie, dass es passt. So. Und jetzt? Und jetzt? Oh. 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 wenn es funktionieren könnte. Okay, da wollte ich eigentlich gleich drauf, aber... Nice. Nice, nice. So. So. Gute Frage. Nächste Frage. Ah, da oben. Das kriegen wir noch nicht hin. Ich habe hier oben irgendwo Feuer. Im nächsten Raum ist es hell. Sieht aber noch nicht so aus. Ja, ja. Über die ganzen Bretter und so. Oh. Machen wir doch mal den direkten Blick kurz zu den Hölfen. Wir müssen ja sowieso dann wahrscheinlich wieder da runter. Wobei, ich könnte... Ich muss doch kurz die Fackel anzünden. Um dann nochmal da rein zu gehen in das Haus. Für den Sack. So, wo war der Sack? Ich hoffe, noch einen weiter oben. Da ist er. Ich hoffe, noch mal 30 schöne Wuppels. Da freue ich mich. Ich hoffe, noch mal. Danke, gut. Das Schiff. Das lässt manchmal noch was hoffen. In diesem Fall wohl nicht. Na doch. Als Weg. Was war das denn? Da ist gut, was explodiert. Ah, cool. Die Absicht verlungen sich echt immer wieder. Und die einem das Leben eventuell später mal einfacher machen. Guck mal, da rechts auch noch drückt. Nice, nice. Nice, nur nice. Da rechts. Alter. Auch geil, wenn man sich erst im Sprung für die Richtung entscheidet. Wenn wir da hier ProBram. Okay, da muss ich rein. Jetzt machen wir erst gleich. Interessant, was es hier nicht alles gibt. Beide Gänge. Höchst interessant. Wenn man es euch darin erwartet, meine lieben Freunde. Oh ja, ist doch auch gut. Das erfahrt ihr auch schon morgen. 21 Uhr wieder. Direkt nach Peels Meets Hard Reset. Schaltet ein. Ich freue mich auf euch. Danke fürs Zuschauen. Euer Bram. Ciao. Ciao. Ciao.